hallo lieber krebs so ich habe mir heute samstag das horoskop genau ja was mein schicksal ist so soll es sich in meinem kaffeesatz widerspiegel also lieber zwille krebs kann es sein dass es so konflikte im familiären bereich beziehungsweise in der freundschaft da was er so existieren ja da bist du eigentlich persönlicher stimmung ja also jetzt nach dir gehen würde gäbe es gar keinen streit kannst du auch gut durchsetzen lieber krebs genau achte bitte auch dass du dich persönlich nicht verausgabst du bist nicht der streit schlichter für alles ja klar in sachen wo du gefragt bist da kannst du dich auch einsetzen aber du bist nicht der papier kopf für jeden ja das war es dann auch lieber krebs bis zum nächsten mal